Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, nämlich wie man Geforce Experience, das Programm von NVIDIA, das ziemlich gut ist oder auch schlecht ist, das werden wir in diesem Video klären, richtig verwendet bzw. überhaupt richtig verwendet oder überhaupt verwendet. Wir geben hier ein NVIDIA Geforce Experience, ich will von Anfang an darauf hinweisen, dass dieses Programm nur funktioniert mit einer Grafikkarte der NVIDIA Serie, die mindestens 400, 500, 600 oder 700 sowohl Desktop als auch Notebook Grafikkarten. Ja, seht ihr hier nochmal, hier mit jeder Zeit aktuelle Grafiktreiber, PC Spiele automatisch optimieren, wie das seine schönsten Gaming Momente, PC Spiele auf das NVIDIA Shield streamen. Upsi, ja, jetzt seht ihr auch hier das Shield, NVIDIA Shield nennt sich diese kleine, was auch immer Konsole und ja, darauf kann man sein Spiel dann auch streamen. Gut, ähm, jetzt gehen wir mal auf, ja genau, hier kann man es herunterladen, hier können wir es herunterladen, dann Downloaddatei speichern und dann auch schon gleich loslegen. Ähm, vorweg will ich schon mal gesagt haben, wenn, also wenn ihr es installiert habt, dann tut es automatisch auch Treiber installieren und so weiter und so fort. Und da gehen wir mal gleich hier auf, dann müsst ihr hier unten auf ausgeblendete, ausgeblendete Symbole einblenden gehen und dann hier auf dieses NVIDIA Zeichen, rechtsklick drauf und dann seht ihr auch hier schon, hier könnt ihr automatische Update suchen, die Systemsteuerung öffnen oder jetzt, was uns interessiert, NVIDIA GeForce Experience öffnen. Da drauf klicken wir einmal, warten ganz kurz und dann öffnet sich auch schon ein kleines Fenster von NVIDIA GeForce Experience, wir maximieren mal das Fenster jetzt und da sehen wir auch schon unsere Spiele hier ganz links, ich werde damit mal anfangen. Ja, hier können wir unsere ganzen Spiele betrachten und dieses Häkchen, beziehungsweise das Minus hier, sagt uns, ob das Spiel nicht, kann nicht optimieren oder ist nicht optimiert und dieser Haken sagt uns, das Spiel ist optimiert. Bei mir können das Spiele nicht optimiert werden, weil es nicht installiert ist und Deadline Island Riptide auch nicht, weil es auch nicht mehr installiert ist, ich hatte es mal. Ja, falls bei euch diese Spiele nicht angezeigt werden, geht ihr einfach hier unten gleich auf Spieleliste aktualisieren oder auch F5, klickt ihr einmal drauf, dann sucht ihr jetzt auf dem PC nach eurem Pfad, den ihr in den Einstellungen angegeben habt. Außerdem, falls ihr keine Spiele dort gefunden habt, aber wisst, dass ihr ein Spiel dort habt, geht einfach hier auf Spiele bei Einstellungen und setzt eure neuen Speicherorte dazu oder, ja, weg. Ja, da könnt ihr auch einstellen, ob ihr täglich automatisch nach Spielen suchen soll und optimale Einstellungen nehmen soll, außerdem Streaming von PC an Nvidia Shield, Updates, wann er Updates suchen soll und so weiter. Welche Updates? Shadowplay erkläre ich noch gleich, da sieht man, das kann man einstellen. Sobald man Shadowplay aktiviert hat, werde ich euch noch erklären. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Spielen, hier können wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hunderte von Spielen haben, ich weiß ja nicht, manche von euch sind wahrscheinlich Gamer, die haben richtig viele Spiele und können jetzt dann so eine richtig lange Liste optimieren, dann müsst ihr nicht bei jedem Einzelnen optimieren drücken, sondern geht ihr einfach hier drauf, alles optimieren, klickt einmal drauf und dann werden alle eure Spiele komplett optimiert, ist eine richtig geile Funktion, finde ich sehr gut durchdacht. Dann kommen wir zur Treibersektion, Segment, zum Treibersegment und dort können wir hier auch schon unseren aktuellen Treiber herunterladen oder einsehen. Dort könnt ihr auch nochmal hier die Versionshighlights prüfen oder falls der Treiber nicht gut funktioniert oder falls irgendwas falsch ist, den Treiber erneut installieren. Dann geht ihr hier auf Versionshighlights, könnt ihr euch das durchlesen und dann seht ihr hier unten auch schon, was für eure Grafikkarte optimiert wurde oder auch für andere, es muss nicht immer eure sein. Ja, außerdem für SLI, also für mehrere Grafikkarten und für 3D Vision, da wird euch meist viel natürlich auch angezeigt, was ihr nicht habt. Zum Beispiel der Wolf in Among Us wurde bei 3D Vision auf Good verbessert, Fair und Excellent. Ja, sonstiges, was sonst noch ansteht und so weiter und so fort, wurde dort verbessert. Für uns interessiert jetzt das hier, hier wurde 12% in Battlefield 4 verbessert und so weiter und so fort, kann man sich durchlesen, muss man aber nicht. Ja, dann hier könnt ihr auch unsere Beta-Treiber einschließen, dass ihr auch nach Beta-Treiber suchen soll oder auch nicht. Brauchen wir ja nicht, weil Beta-Treiber sind nicht immer gut. Dann geht ihr hier zum Beispiel nach Updates suchen, tut auch automatisch, falls ihr das in den Einstellungen so konfiguriert habt. Und dann seht ihr hier unten, Suche nach Updates wird ausgeführt, hat aber nichts gefunden, deswegen ist er auf dem aktuellen Stand. Ja, bei meinen Regen könnt ihr schauen, aha, GPU, CPU, Speicher, aktuelle Auflösung, Treiber-Version, Betriebssystem. So gesehen, Grafikkarte, dann auch noch den Prozessor, den Arbeitsspeicher, die aktuelle Auflösung vom Bildschirm, dann die Treiber-Version und auch das Betriebssystem, das ihr gerade verwendet. Bei diesen Rubriken hier könnt ihr auswählen, natürlich, welche Mindestanforderungen braucht man für Nvidia GeForce Experience. Hier seht ihr es, mindestens eine deutsche, steht hier DE, DE, GeForce 700, 600, 500, 400 Serie oder besserer Grafikprozessor, Desktop bzw. Notebook. Beim Prozessor Intel Pentium G-Serie, Core 2 Duo, bla 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 oder besser. Beim RAM mindestens 2 GB RAM oder mehr. Bei Betriebssystem müsst ihr mindestens Windows Vista 7 oder 8 vorweisen. Dann bei Shadowplay ist auch sehr wichtig, da braucht man mindestens 4 GB RAM, mindestens Windows 7 oder 8. 8 ist aber besser für dieses Shadowplay und GeForce diesen Treiber. Dann auch noch diese CPU oder eine bessere oder auch diesen Grafikprozessor oder eine bessere. Ja, und das könnt ihr dann alles für Shadowplay hier konfigurieren. Hier einschalten oder ausschalten, je nachdem, Einstellungen, wo es speichern soll, wie es speichern soll. Hier 1080 Pixel, also Full HD, bei 60 Frames per Second, 60 Bilder die Sekunde, mit einer Ränderung von H.264, die sehr, sehr, sehr gut ist. Gut, dann könnt ihr hier den Modus auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Schatten ist für nur die Hintergrundaufzeichnung und Hintergrundmanuell ist Schatten und der normale Aufzeichnung manuell. So, jetzt erkläre ich euch ganz kurz, was manuell ist Aufzeichnen und Hintergrundaufzeichnung, also dieses angebliche Schatten sein soll. So, die Hintergrundaufzeichnung, das ist dieses Schatten, was ich meinte. Das tut automatisch die Spiele aufnehmen, bei Windows 7 glaube ich nur 15 Minuten oder 10 Minuten, bei Windows 8 sind sogar 20 Minuten. Das tut automatisch, ihr spielt und tut zum Beispiel irgendeinen geilen Trickshot machen oder sonstiges. Irgendeine coole Szene sehen und ihr wollt es unbedingt auf YouTube zeigen, aber ihr habt es vergessen aufzunehmen. So, was macht ihr? Ihr habt hier davor auf 10 Minuten eingesetzt, Hintergrundaufzeichnung Dauer. So, habt ihr gesagt, gut, passt. Ich will, dass mein Spiel 10 Minuten aufgezeichnet wird. Das heißt, er tut automatisch das Spiel während ihr im Spiel seid aufzeichnen, aber ihr wisst gar nicht, dass er aufzeichnet. Ihr drückt dann einfach hier F10 und es tut euch automatisch die 10 Minuten, die letzten 10 Minuten vom Spiel in den Ordner rein, den ihr in den Einstellungen gesetzt habt oder auch hier beim Öffnen halt, seht ihr auch wo. Und könnt euch die ansehen. Habt ihr die und könnt sie gleich hochladen oder sonstiges damit machen. Ja, brauche ich nicht, deswegen habe ich das hier auch auf manuell. Das ist dann nur die manuelle Aufzeichnung. Das heißt, ich gehe ins Spiel, drücke F9, startet. 10 Minuten später, drücke ich F9, stoppt. Ja, das habe ich dann alles in der Qualität von hoch. Desto höher die Qualität, desto höher natürlich auch die Datei, die danach entsteht. Aber ich kann euch sagen, Fraps nimmt bei 15 Minuten 30 GB Festplattenspeicher und dieses Programm nimmt bei 15 Minuten gerade mal 3 GB Festplattenspeicher. Also durchaus sehr wenig, schon bei hohen Einstellungen. Dann Audio, das ist der Nachteil von diesem Programm, weil es noch in der Beta ist wahrscheinlich auch. Ihr könnt es entweder aus- oder spielendher machen. Das heißt, eure Sprache wird nicht mit aufgezeichnet. Das müsst ihr dann mit einem manuellen Aufzeichnungsprogramm, wie zum Beispiel TeamSpeak oder Audio bla 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 machen, was auch immer eure Sprache aufzeichnet. Ja, das können wir hier ein- oder ausschalten und dann auf den Hotkeys F9 bei mir aktivieren bzw. deaktivieren im Spiel. Funktioniert bisher noch nicht für alle Spiele, ist ein ganz gutes Feature. Na ja, also. Dann LED-Visualisierer, das geht nur für die Grafikkarten GeForce GTX 690, 77, 87 bzw. 87 Ti, Titan oder besser. Und die müssen ein Grafikprozessor mit LED-Beleuchtung sein. Das heißt, auf eurer Grafikkarte ist eine sogenannte LED-Beleuchtung, die bei mir zum Beispiel, ich benutze die NVIDIA GeForce GTX 780. Das heißt, ich habe hier meine, äh, wo steht es, genau, ich nehme jetzt einfach mal den, den hier, äh, Grafikkarte und hier seht ihr dieses GeForce GTX, tut dann dementsprechend leuchten. Also grün, das leuchtet, dann grün und, ja, dann, ja, könnt ihr das einstellen, wie das leuchten soll und so weiter und so fort. Das seht ihr jetzt hier bei mir, wir drücken einmal drauf und dann seht ihr auch, ich habe es gerade ausgeschalten, kann es hier einschalten. Wenn ich jetzt auf Übernehmen klicken würde, was ich jetzt auch mal machen werde, ganz kurz, Atmung, Atmungsgeschwindigkeit schnell, Helligkeitsbereich soll ganz, ja, machen wir 50 zu 100. Ähm, okay, passt, perfekt. Jetzt schaue ich mal ganz kurz runter. So, wo ist meine Grafikkarte denn? Da hinten. Ich sehe jetzt, okay, die leuchtet bei mir jetzt gerade. Ziemlich hell, mehr oder weniger. Tut immer so blinken gerade, ja. Okay, ich kann das ja mal ganz kurz, okay, ja, ja, okay, gut. Jetzt kann ich das hier auch ganz kurz mal einstellen, dass es 100 zu 100 sein soll. Das heißt, es leuchtet dauerhaft. Oder ich mache einfach mal blinken. Das kann ich auch hier wieder im Helligkeitsbereich einstellen. Ganz kurz, dann sehe ich, okay, ja, es tut gerade sich gar nichts, weil ich habe eingestellt, dass es nur blinkt. Das heißt, es tut so gesehen gar nichts, bis auf normal leuchten. Das müsste ich dann wieder umstellen, indem ich hier auf zweifaches blinken gehe und dann zum Beispiel 50 zu 100. Dann würde ich wieder sehen bei mir, dass das Ganze sich verändert. Und, ja, ist ein ganz cooles Feature. Ist natürlich auch mehr oder weniger nur eine Spielerei. Und das kann man hier noch alles einstellen, was man so will. Aber ich brauche das Ganze nicht. Das ist unnötig, finde ich jetzt persönlich. Und braucht man auch eigentlich nicht. Ist aber ein ganz cooles Feature. Und das wird dann hier natürlich auch präsentiert. Ja. Das kann man natürlich jederzeit machen. Kann man hier wieder drauf drücken und wieder neu konfigurieren, wie man mag. Wie es einem gefällt, brauche ich aber persönlich nicht. Ja. So weit, so gut. Jetzt sind wir zu den letzten Punkten gekommen. Einstellungen. Hier können wir dann einstellen. Okay, so. Wo dieses Zeichen eingeblendet werden soll. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Dann, wohin die Datei kommen soll. Welche Hotkeys verwendet werden sollen. Und so weiter und so fort. Ja. Updates. Erklärt sich von selber, welche Updates. Wie oft pro Tag das gecheckt werden soll. Und so weiter und so fort. Streaming auf Nvidia Shield. Brauchen wir nicht. Ist eigentlich unnötig. Besonders, weil es ja noch nicht einmal jetzt zur Zeit in Deutschland verfügbar ist. Und hier Spiele. Wie viele Spiele. Wo es nach Speicherorten schauen soll. Auf welchen Festplatten. Welche Orte. Dann wann. Also täglich. Oder sonst wann. Und ja. Allgemein kommt nochmal die Sprache und so weiter. Protokollierung. Was so passiert und so weiter. Nicht weiter wichtig. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video GeForce Experience ein bisschen näher bringen. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns auch dann schon wieder im nächsten Let's Play. Oder auch Video. Oder auch Gameplay. Wie auch immer. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.